Hallo Leute, wir sind es Jun & Jonny von outfit46.de mit den neuen Lieds des Tages und bleibt am besten auch immer wieder bis zum Schluss dran, denn heute losen wir das Dieselboxeschlussgewinnspiel aus. Und ich würde sagen, Jun fängt es einfach mal an. Zu allererst beginnen wir heute mit dem günstigsten Artikel. Das heißt für 0 Euro erhaltet ihr hier dieses Auflegetuch oder Badetuch von Heine. Ist hier an einer Frontierqualität, ist auch sehr leicht zu pflegen. Kann man über jeden Liegestuhl ideal rüberwerfen und wie die Deutschen halt so sind auch mal einen Liegestuhl reservieren. Das heißt, wenn ihr Artikel in einem Warenkorb habt, dann schmeißt das hier gleich für 0 Euro mit rein. Ich denke, das wird sich lohnen. Ja, für den nächsten Ballenurlaub. Ich habe hier eine Weste von Lee für die Dame mitgebracht. Das ist jetzt so eine Rot-Stepp-Beste so ein bisschen. Ist so ein bisschen dicker, also was für den Frühling auf jeden Fall noch. Wir haben hier so Seitentaschen. Hier vorne kann man die mit so Knöpfen einmal zu machen und auch mit dem Reißverschluss. Und ich ziehe die einfach mal kurz über für euch, damit ihr seht, wie die sind. Hier sind wir auch noch mal. Hier ist so ein bisschen Vlies gepüttert. Wir können es ein bisschen erkennen. So, angezogen ist das jetzt eben so. Also ist so ein detailliert geschnitten auf jeden Fall. Ist das super warm und kuschelig. Und die gibt es bei uns für 39,99 anstatt 99,95. Und wir haben hier einmal die Ausführung Clean Power vom L'Oreal-Milch-Expert. Gibt es bei uns für 4,99 anstatt für 10,99 einmal Duschgel und einmal das Deo mit 48 Stunden Schutz. Und das Duschgel selber an sich ist für Körper, Gesicht und Haare geeignet. Schaut einfach mal rein. Wir haben vier verschiedene Ausführungen. Hier einmal, wie gesagt, die Benzin und Clean Power für 4,99 Euro. Ich habe hier eine Bluse für die Damen nochmal von Ricardona. Bei Heine ist das jetzt hier. Und das ist so eine Chiffonbluse. Eine relativ lange Bluse auf jeden Fall. Ich halte die mal an, dann seht ihr das. Die geht auf jeden Fall bis über den Po fast. Wenn man mag, kann man da als Art von Leggings zu tragen. Hier unten haben wir so einen schwarzen Saumabschluss. Die ganze Bluse ist so ein bisschen durchsichtig vom Stoff her. Man sollte vielleicht was drunter tragen. Hier vorne haben wir so diese Bänder nochmal, die man zu einer Schleife binden kann, wenn man möchte. Ansonsten haben wir hier einen leichten V-Ausschnitt. Und die Bluse gibt es bei uns für 7,99 Euro anstatt für 59,90 Euro. Und schaut einfach mal rein. Ihr habt auch immer größte Tabellen, damit ihr wisst, welche Größe ihr bestellen sollt. Hier geht es jetzt einmal weiter mit Wrangler. Hier haben wir eine Chino-Hose. Und zwar haben wir etliches heute an Wrangler-Hosen anzubieten. Diese Hose hier ist jetzt Born Ready und Regular geschnitten. Schaut es euch einfach an. Das ist ein sehr angenehmer Stoff. Und diese Hosen in sämtlichen Ausführungen und Größen gibt es heute bei uns für 27,99 Euro anstatt für 79,99 Euro. Wie gesagt, jetzt haben wir hier noch einmal die Bordeaux-farbene Ausführung. Schaut einfach mal rein. Wir haben ganz viele Hosen in ganz vielen verschiedenen Größen für Herren da. Ich habe hier noch einen Crossblazer für die Damen. Der ist jetzt hier von Best Connections. Der ist jetzt fast weiß und geht fast schon ein bisschen richtig weh. Crossblazer heißt eben, dass er kürzer geschnitten ist. Also er ist eben nicht so mega lang. Geht halt maximal bis zur Hüfte. Je nachdem. Wir haben hier Seitentaschen. Wir haben hier oben solche Klappen und sowas zur Zierde. Hinten ist noch doppelt langiger Stoff. Es gibt noch ein optisches Highlight. Schließen kann man ihn jetzt nicht. Also der ist eher ein bisschen rüberziehen geeignet für das Büro vielleicht. Oder auch so draußen im Frühling. Und den Crossblazer bekommt ihr bei uns für 9,99 Euro anstatt 79,90 Euro. Also der letzte Artikel, den ich hier habe, ist einmal ein T-Shirt von Sweet Skateboards. Gibt es auch in vielen Größen für kleine und für große Leute. Dieses T-Shirt hat eine Kapuze in blau. So, hier sieht man es besser. Hat Baumwollqualität und hier eine Brusttasche und eine Knopfleiste. Erinnert so ein bisschen an ein Podoshirt bloß ohne Kragen und mit Mütze. Hier haben wir noch einmal das Sweet Skateboard zu. Und dieses T-Shirt gibt es bei uns für 7,99 Euro in grau-blau. Ich schreibe doch gerade einen Kunden. Hallo. Also, falls du irgendwelche Fragen hast, dann stell die ruhig. Ich lese das vor und Janine und Julian beantworten. Oder versuchen das dann zu beantworten. Ich habe hier was für die Leute, die Pailletten, beziehungsweise Glitzer mögen. Ich hoffe, ihr könnt es noch ein bisschen erkennen. Da sieht man das in der Kamera, wie das glänzt. Also hier ist so ein Pailletten-Leggings, sag ich mal. Da sind ganz viele kleine Pailletten eingearbeitet. Wir haben hier oben auch so ein Gummizug. Die könnt ihr einfach so drüber ziehen. Wenn ihr Party machen wollt oder sonstiges, ist das auf jeden Fall die Hose für euch. Die ist jetzt hier von Ashley Brooke. Ich zeig euch nochmal von hinten. Hat jetzt auch keine Taschen oder so. Ist wirklich, wie gesagt, meine Leggings. Und die gibt es bei uns für 9,99 Euro anstatt 59,90 Euro. Und ich würde sagen, wir sind durch mit den Artikel. Dann losen wir jetzt das Gewünkspiel. Du willst du wieder meine Glücksfee sein? Ich habe das hier wieder alles reingemacht in der Form. Das Gewünkspiel, die sind alle drin, die auf Instagram und Facebook mitgemacht haben. Hallo Rosalinchen. Das hast du dir auch gemacht. Wen haben wir denn gezogen? Ah ja, ich halte dir auch meine Kamera. SG-EG hast gewonnen. Die Dieselboxer-Shorts. Du hast auf Instagram mitgemacht. Wir markieren dich auch gleich nach meiner Story. Am besten, dass du uns kontaktierst. Herzlichen Glückwunsch und hast endlich neue Boxer-Shorts. Dann kannst du dir einen mehr grauen. Das war's für heute. Wir verabschieden uns und sehen uns dann morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.